so jemand mehr jemand ist ein von sieben von erzene minecraft lernen zu kohle und so weiter und so weiter in den schichten 5 bis 12 scheiße aber in den schichten 1 bis 15 aber ja kosten 5 bis 12 also wieder aus dem oder so er hat oder wie geht das wäre klug du wahnzeige fehler glätte ich habe sie einfach folgen nur jetzt wo es auf die offenehme karl geschehen wenn ihr leckts nicht bei mir leckt nichts komisch aber du hast die frage gestellt zu haben du hast jetzt nicht irgendwie noch firefox oder anderen browser im hintergrund offen habe ich jetzt also nein ist so ein forum war entschuldige bitte denkt doch mal mit da ich ja mein körper aufnehmen kann ich ja nebenbei einfach war war es auch knapp holy shit alter das ist ja mal bitte wenn es tag ist es ist tag doch es ist ja eindeutig kein witz kein witz nein wirklich kommt schnell unter tage also sagt einfach mal ja ist tag warte mal und ich bin ich sehe ich bin jetzt wieder auf level 8 nein ich habe doch eben gerade beim nicht verzaubern irgendwie sechs level verloren oder so und die habe ich jetzt zurückbekommen das ist ja sehr kurios das ist komisch ne buggy ist hier am berg buggy der bug ist ja auch im bucket server haha ha 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 gratis mahr ste Eddie Scheible ich mach eigen Moto Governo ja was meine sehr vegetative sch mlg das gibt es war nicht figur nervige Steak and PJ Day Schnieblutag? Nein, ist ja der Steak and PJ Day Aber das hört sich so cool an Schnieblutag Hast du grad Schnieblutag gesagt? Schnieblutag Schniebl Schnieblutag Schnieblutag Ja, komm! Ja! Ach, F*** euch doch! Mann! Was passiert? Es läuft nicht so gut bei dir Das hast du verdient Gib mir Diamanten, gib mir Diamanten, gib mir Diamanten So, was kann man mit Kartoffeln alles machen? Man kann Ohren-Kartoffeln machen Kartoffelkanone bauen Ja, nicht in Minecraft Leider nicht, nein Wäre einfach nur das episch sowas geben Oh, die TNT-Kartennone bauen auf Ahns Haus gerichtet Das wär doch mal was Was? Ich mein, ich mein natürlich Ich weiß, kann man wirklich basteln Diamant schnell auf Nickels losgehen Das wär doch mal was Bitte? Ne, und was? Ich hab irgendwas mit Diamant verstanden Ja, eine Sache, die du niemals haben wirst Ja, ich find gar keine von deiner Nein, Spinne! Fuck you! Nein, ich sterbe! Nein, ich sterbe! Nein, ich sterbe nicht! Nein, ich sterbe nicht! Du stirbst dauernd irgendwie in letzter Zeit Ich nenne neue Nickels in diesem Spiel Sehr gut Ganz richtig einer, der das abnimmt Gestern wurde übrigens, äh, der Computerspielepreis Stamm? Moderation war ganz nett, aber kein Nebenprogramm Keine guten Acts Und, ah, das wär echt saulangweilig Steif und steril Das liegt vielleicht daran, dass da nicht so viele zugruhen, oder? Na, das ist halt ein ganz normales Thema, aber das ist halt eine große Breifahrer Weil, das finde ich tatsächlich... War halt... War halt steif und steril Ja, also, hä, ist doch so Ja Wie soll ich das denn sonst beschreiben? Langweilig trifft's nicht gut genug Hm Komm schon Ich ordne mal hier Ich seh dich hin, die Kisten Ach, du bist das denn, den Namen spricheln Ja, stimmt Äh, ich grabe mich grad nach oben Äh, Max, wie sind das mit verzauberten... Wie sind das mit verzauberten Bögen? Man kann ja auch Bögen kombinieren, denn, äh, das sind die wieder ganz, ne? Ähm, braucht man denn dafür... Kann man da einen verzauberten und einen normalen Bögen nehmen? Ja Ah, super Aber ich hab ja mal einen, äh, stärker 1 Bögen gefunden Boah, mein Skelett, boah Richtig heftig Wahrscheinlich Richtig heftig, oder? Ja, natürlich Es könnte ja ein großes Problem geben Es wird auf jeden Fall knapp Das ist ja ein Problem Obwohl Doch ist ein Problem NICHOLS NICHOLS Unter Tage ohne Spitzhacke Könnte dich retten, komm Nee, ich hab hier Alles, was ich brauch, um mich aus der Scheiße zu graben Ich hab ja auch gesagt, ich könnte Du stinkst nach Scheiße Wie sieht, wie, wie craftet man sich nochmal einen, äh, Amboss? Äh, drei... Blöcke? Ach, Eisenglöcke, okay So Steinspitzhacke reicht Dann, dann besuche ich einfach mal kurz Arne Ich hab grad, äh, weißt du, ich hab den ganzen Tag hier schon mit Eisenglöcke Ich hab grad, äh, weißt du, ich hab den ganzen Tag hier schon mit Eisenglöcke Und hab jetzt grad ne Steinspitzhacke gecraftet und krieg den Achievement Technischer Fortschritt Minecraft, go home, you are drunk Ey, Max, was geht ab? Wuhu, es ist ein rotes Eifers, dankeschön Du bist ein Arsch La, 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 la Ah, geh weg Komm her in meine Schaufel Max haut jetzt hier einfach jeden, ja? Ja, meine Schaufel musst du auch schon spüren, ja? Okay Eigentlich suche ich schon nach EP Eigentlich suche ich schon nach dem Ausgang, ich hab 19 Level Hier, komm mit Warte, wo bist wir dran? Max, der einfachste Weg ist dafür natürlich, äh, Nickels, Nickels zu erledigen, ne? Weil selbst ein Zombie ist eine größere Herausforderung, ne? Der hat ja eben schon mal 19 Level dabei, das ist ja richtig Nein, komm mit Denk nicht mal dran Oh, da wird's so ein bisschen leckt, der Teufel, warte mal kurz Verbindung trennen, mehr Spieler Mir leckt gar nichts Warte, kommt man von, äh, von deinem Haus unten da irgendwie nach oben? Nee, guck mal, ne Ich seh dich noch nicht mal, ich seh Ich seh, ich seh Aber ich seh noch nicht mal, dass ich dich geschlagen hab Du steht bei mir immer noch Du hast dich gerade runtergehauen Ja, das weiß ich ja Das war ja auch geplant, aber ich hab's nicht Das weiß ich ja Bei mir steht's immer noch hier oben Äh, äh Ich kann nicht weg Da Jetzt hab ich grad das Signal bekommen, dass du Dass du gestorben bist, äh, dass du gestürzt bist Was? Ich will zum Amboss Nein? Ich bin verwirrt Sag, dass du einfach meinen Amboss benutzen darf Nein, Spaß Weil Max den da hingestellt, ne? Ja, das ist ja auch mein Amboss Hast du mich gehauen, Max? Achso Hast du? Nein, Haus ist, nein Weil ich, ich seh sie halt echt nicht so krass Das heißt, wenn du uns jetzt betrittst Okay, du bist meins Aber hier geht's raus Wieso ist dein Amboss, Arne? Du hast nur vier Eisen dazu gesteuert Das ist meiner Ja Wir sterben, er steht in meinem Haus Ja, gleich nicht mehr Ja, gut, baue ich mir halt meinen eigenen Ich geh mal dem Legenden, Max hinterher Ich denk schon, komm Wie viel Eisen kostet denn so ein Amboss? Äh Ey, die wollen mich arschen Ich kann keine Sachen im Amboss machen Ich krieg die immer wieder einfach zurück Der König, komm mal, ich komm nicht Komm mal, ich komm nicht Steine Hast du das Eisen nicht auf meine Hand genommen? Egal Ich wollte die zu dir laufen Max, irgendwie ist es grad ein bisschen komisch bei dir, ne? Ist egal Verkehrte Welt oder so Oh, geil Ja, das ganze Zeug liegt hier noch Ja, wenn man einmal tot ist Ich hab nur Kabels aufgesammelt, weil ich fast voll bin Ja, und meine EP Ja, jetzt bin ich Level 20 Braucht dich doch Max, jetzt lohnt sich das noch mehr Ist ja doof gelaufen Nein, ich will hier die Spitzhacke haben Geht doch Kannst die aufholen Da vorne bist du Da bist du? Da, ja wie gesagt, hier sind die ganzen Sachen Ja wie gesagt Wo geht's jetzt hier raus? Ja, von wo bin ich grad gekommen? Okay, gibts hin Okay Das seh ich sogar ein Verdammt Was machst du? Hast du mit nem Bogen auf mich geschossen? Ja, hat er auch Das sieht gut aus Na, hier kommen wir, wir schießen uns Oh, ist der nicht durch Ich hab, ich hab nur einen Achso, ich hab nur den einen Ich will dir nur deine Pfeile zurückschießen Hab ich getroffen? Nö So, so, interessant Schieß mal nochmal genau so wie du eben geschossen hast Dann triffst du mich Jetzt guck ich mich erstmal wegen den Server-Connect-Problemen hier, wie auch immer Bis gleich